Willkommen zurück zu den synopsischen Spielen, laut Synops. Stimmt's? Hm, was willst du? Du warst doch gestern deine Anleitung. Äh, deine Einleitung. Nein. Doch, du hast gesagt, herzlich willkommen zu den synopsischen Spielen. Hab ich gar nicht. Ich hab's hochgeladen. Ja. Und? Kannst du sie angucken? Ja, guck doch nicht mein eigenes Video. Dein eigenes? Was bin ich denn? Ach ja, fick dich, ne? Oh, nö. Wollte ich auf Cover? Achso. Ah, zeigst du schon? Ja. Macht Spaß. Was kann man denn machen noch? Ja, du bist halt so einer, der nicht viel macht. Kommt das Wasser weg, geht's mal da rein. Oh, 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 oh. Eine Filterpumpe. Die könnte ich nochmal dahin bauen. Ja, genau. Wieso hast du bitteschön schon gespielt? Ich hatte 100.000, als wir gestern aufgehört haben zu spielen. Und deine Stadt ist mit allen. Also du hast keine geltenden Bereiche. Wird's mir gerade überhaupt gut. Doch, ich hab gerade bei öffentlichen Transportmitteln... ...Rustipo geschlossen. Ohne Wasser ist nichts zu tun. Ich hab doch gerade ein Wasserwerk geplacet. Ey, was macht die Filterpumpe eigentlich? Wie filtert die... Achso. Ha. Die macht... Wasser. Na, dann flässig jetzt nicht noch eins. Das sollte eigentlich erstmal rein. Ich habe kein Geld, aber lege meinen Arm. Ja, sehr interessant. Feuerwehr. Ja, 3800 für so einen kleinen Abschnitt oder was? Ne, ne, ne. Warten wir jetzt mal, bis ich mein altes Feuerwehrgebäude abreißen kann, denn so ein... Ja, ist das Teil... ...lose Feuerwehrwache machen kann. Warum reißt du das Alter dann ab? Dafür kriegst du kein Geld, das weißt du. Ja, aber das kostet den ja extra, ne? Ja, aber das kostet den ja extra, ne? Pro Stunde. Ja, aber... Okay, das sind nur 400. Okay, das sind nur 400. ...wegt die auch Leistung, ne? Okay, stopp. Dann behalte ich's halt. Warte, ich kann jetzt mal kochen. Eine Verletzung! Wir brauchen ein Krankenhaus, dann geh über die Straße... Maaan, wie ich das hasse, ne? Wie viele Einwohner hast denn du schon? 37.000. Was wir grad noch trinken. Wie viel hast du? 12.000. 12 ganze Tausend. 12 ganze halbe Tausend, ja. Wieso? Ach so. Ja, ja, bla bla, was willst du denn jetzt? 13.000. 14.000. 14.000. Nein, danke. Will keiner... Aber wie heißt das? Kinder lieben dich wie Kevin auf der Kinderschokolade. Darfst du singen? Ha. Oder willst du singen? Ja, ich will singen. Viel Spaß, du kannst das tun. 10.000. 11.000. 12.000. 14.000. Lalalalala... Fertig. Wer ist Thorsten? Ja, ich weiß, ich bin Thorsten, aber... Du kannst gerne noch reden. Ja, ja, ich nehme jetzt die Sprache verschlagen. Krasse Sachen. Krasse Sachen. Ja, heute ne Industrie hab ich gehört. Gibt man eigentlich diese Hightech-Industrie? Was muss man dafür machen? Soll ich keine Ahnung? Soll er auch parken ins Industriegebiet bauen? Wir bauen einen internationalen Flughafen, ne? Nein. Braust du denn wenigstens einen Stadtflughafen? Ja. Okay, dann kann ich nämlich irgendwann meinen Landeplatz für den Feuerwehr bauen. Alter. Finde ich gut. So was brauch ich doch jetzt mal. Pfff. Oh ja, genau. 4100 für die jeweilige Straße. Achso. Ach, 8300. Das ist doch mal lang gewesen nach 30. Ich will die Pilzeine. Ach, ist mir Zeit den Service auszubauen. Ich mach irgendwann mal. Ich gehöschte das mal hier hin. Ich gehöschte das mal hier hin. Ich gehöschte das mal hier hin. Ich gehöschte das mal hin. Was? Ich gehöschte das mal hin. Das sind die Modeleons. Ja. Alter, dein Ernst. Was? Ich erhöhe die Steuer, mein Gott. Ja, auf 15% und dann ziehen sie uns und dann kamen die Mausern. Ne, auf 11% sagt niemand noch was, deswegen. Ja, ey, wo liegen denn meine? Hier liegen die auf 11, Industriegebiet allgemein auf 11. Oh, oh, ich sollte mal ne Klär... Oh! Die werden, glaube ich, langsam überlassen. Ich weiß nicht, ob das logisch ist, aber ist mir egal. Oh, fuck. Ich sollte jetzt auf 34.000 sparen. Oh, man. Oh, ja, ich hab Ideen. Große Probleme im Just-Fanty-System. Ist mir doch egal, dann würde ich halt da auch so im Krankenhaus hängen. Nein. Ich schließe nicht. Hier, Raupe. Kevin liebt die Kevin auf den Kinder-Schokolade. Äh, Fail. Hier, das erweitern. Was sollt ihr jetzt mal rein? Wir können keine da hinfließen, ihr dumme Kack-Bolzen da. Geht doch. Wie das aussieht, ey. Oh, die Kack-Bolzen haben es da, ey. Wasserverschmutzung sauber. Wasserverschmutzung sauber. Ja, das stimmt mir auch gerade so. Sauber. Mach es weiter so, ne? Kein Zweifel-Plächen. Wie ist das halt da, man? Ich bin ein Aptwasser-Board, das ist nur normal ausgelastet. Also hier in dieser Ecke brauche ich nichts mehr bauen. Erstmal hier direkt... Wie heißt das? Was ist denn Müllwegschaft? Mülldeponie und direkt daneben zwei... Ach, was sei das? Oh, ich sollte mal langsam Schule und so bauen, ne? Oha... Jetzt weiß ich nicht, warum du so viel verdienst. Was soll das denn heißen? Ja, hier... Erstmal gar nicht auf Bildung achten, ne? Ja, warum nicht? Wie ist das heißig? Lederstraße wieder eine Bush-Halter. Oh, da waren schon welche. Ups. Wie war das? Zurück-Mut-Abteilung haben wir noch nicht. Keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt schon alles? Was hast du denn schon alles? Sag ich dir gleich. Nein, jetzt. Oder ich bin traurig. Wir haben eine Sicherheits-Abteilung, eine Versorgungs-Abteilung und eine Verkehrs-Abteilung. Ach, da brauche ich mal die Tourismus-Abteilung und dann haben wir auch alles. Außer Bildungs-Abteilung. Aber die ist auch nötig. Ja, jetzt kann ich auch die letzte Zeit da ran fahren. Oder? Wer ist denn der Schalt? Ich hatte doch gerade 15.000. Ja, du hattest. Ja, und ich... Immer diese Strebe an den Schulen, ne? Ja. Ja. Voll, voll krass, Alter. Wie ist das denn? Gestern uns gerichtet 350 Cent. Ja, das kann ich jetzt aber nicht glauben. Die Steuern sind also für euch zu hoch. Dann mache ich die halt auch auf 11 Prozent. So, und der zweite Freiweihalle könnte ich... Warte, was wollen die jetzt? Wohlstand. Legen Sie Parks an, um Grundstücksfreise zu erhöhen und... Ich hab doch hier hohe Wohngebiete... Warte mal, was bringt denn das? Kann man seine Stadt eigentlich irgendwie so verhunzten, dass man das gar nicht mehr... ...gar nix mehr machen kann? Ja, kann man. Wenn man keine Feuerwehr braucht. Ich hab's schon mal geschafft. Ja, nein, dass man die Stadt gar nicht mehr wieder aufkommt. Ich hab's schon mal geschafft. Nicht genügend Abnehmer? Was soll das denn heißen? Soll ich jetzt etwa mehr... ...Ficker bauen? Mhm. Okay, ich muss unbedingt die... Ähm... Wie heißt das? Oder war ein Handelsdepot? Wollte ich eh machen. Weil ich jetzt hier schon... Ich wollte irgendwann mal die bessere Müllhalde da bauen. Dass sich Plastik und so herstellen. Was für eine bessere Müllhalde? Ja, hier... Wie heißt das da? Die... Das Recyclingzentrum. Damit ich Plastik und so produziere. Und das kann ich dann ja verkaufen. Äh... Dafür musst du aber auch neue Plastik, Legierungen oder Metalle... Produzieren, damit die überhaupt arbeiten, ne? Ich dachte, das krieg ich einfach so, wenn ich... Äh... Das ist nur, wenn du ne Metallabteilung hast. Also, dass du Erz abbaust. Hm. Äh... 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 Nein, ich fähre genug Wasser. Was macht man eigentlich, wenn das ganze Wasser in der Stadt alle ist? Was? Ich neuskauf. Kauf was runter. Ich hab genug. Kostet mich das wirklich Geld? Ja, das krieg ich dann. Dann krieg ich mehr Geld pro Stunde. Und du bezahlst es dann nämlich. Du kriegst ja weniger Geld. Pro Stunde und ich krieg mehr. Ich mach's. Wie wenig... Wie viel weniger krieg ich? Ziemlich wenig, aber ich krieg dadurch mehr. Kredite? Nee. Aber warum geb ich so viel für Kredite auf? Das ist doch unnötig. Den hier kauf ich mir mal... Alle Löschfahrzeuge im Einsatz. Was geht da ab? Ja stimmt, ich hab da so ne komische Mission an der Stadt. Der sieht ja Puzzirevier auf. Jetzt hab ich wieder zwei Kredite frei. Du kannst jetzt hunderttausendmal Kredite holen. Hab ich schon lange. Alle drei? Ja. Aha, Polizei nimmt viele Verdächtige fest. Oh, lang, dankbar. Meine Polizei nimmt... Also meine... Meine Polizei nimmt jetzt schon Leute bei dir fest. Was hast du hier? Bildung. Gut, zehn Verbrecher und... Ne, neun Verbrecher und acht Festnahmen. Das ist doch ja wohl... Das ist ja wohl gut. Allgemeine Hochschule, Gymnasium. Die Allgemeine Hochschule kann ich sogar bauen, aber ich brauch erstmal ne Bildungsabteilung. Los, ich brauch mehr Einwohner. Ja. Obwohl, ich kann eigentlich noch eins bauen. Nein. Sicherheit, dann muss das die Bildungsabteilung... Hä? Ne, stopp, sie mit da rein. Wieso? Du kannst nur... Du kannst nur... Eine... also... Wie heißt das? Mehr als eine Bildungsabteilung bringt dir nichts, ne? Aha. Äh... Ja, das meine ich. Du bist so schlau, ne? Oh, hab ich zu viel Wasser? Ne, ich hab zu viel Wasser. Ja, ich kauf ja schon. Ich kauf ja schon. Hab ich noch zu viel Strom? Oh, Strom sieht schlecht aus. Was könnte ich denn mal bauen? Für Strom? Nein, ich bau kein AKW. Ich könnte n Ölkraftwerb machen. 1500 wollen in die Schule gehen. Es gibt keine Luftverschmutzung beim Atomkraftwerk. Wir brauchen eine Bildungsabteilung in der Region. Gibt's wirklich keine Luftverschmutzung beim AKW? Hä? Naja, für Strahlung. Wenn die schlecht ausgebildet sind. Okay, dann baue ich lieber Solarkraft. Ja, Mann. Und dann bauen wir eine Uni und entwickeln diese geilen Teile. Klar, Mann. Immer drauf. Kostet auch nix. Fertig, Vollküpfungssprache. Warum hab ich irgendwie eine Spielhalle? Die benutze ich doch gar nicht. Egal. Wie viel verdient die eigentlich? Um gar nix. 22.000! Ich höre. Du sagst gar nix. Respekt zu dir. Ja, ich muss aber 250.000 damit einnehmen. Damit sich's wieder lohnt, oder? Ne. Damit ich weiter bauen kann. Dann brauchen wir doch mal so'n Cardino-Leuchtschill, weißt du? Aber ich hab da auch... Wie? Wo hat man die Polizei schon direkt gegenüber? Und dann sind da immer noch Verbrechen, oder was? Was? Der nimmt voll viel Platzen weg, nur mit diesen Solarkraftteilen. Wirklichkeiten vor Ort und Landbesuch aus Orlangen an. Was ist Orlando? Ja, ist das Orlando, oder? Warum steht der Orlando? Ja, ist das Orlando, oder? Hast du jetzt so ne Abteilung gebaut, oder nicht? Was für ne? Bildung? Ja. Na, noch nicht. Ich hab noch nicht genug iPhone, oder? Mir fehlen noch 10 Taunen. Dann hab ich endlich 75 Taunen. Weißt du jetzt, der lockt, dass ich wahrscheinlich Touristen aus meiner Stadt... Okay, ich hol mir eigentlich keinen Touristen, aber... Ja, Hochschule nachts, oder? Ja. Oh, ein langes Land war. Wofür? Dass sich viele Verdächtige festnehmen bei dir. Wow. Geht's doch nicht weiter, hast du noch? Ja, Tom, ich hab... Wir spielen alle, das geht so weiter, das weißt du. Das ist jetzt schon wegen dir, wird meine Polizei bald die berühmtestste der Welt sein. Ich glaub ich hab schon zu viel Überschuss von Sonnenkraft. Jawohl. Ich glaub eine baue ich noch dann, ja. Ja, Stromräume, aber nicht. Ja. Ich aber irgendwann. Hä? Ich aber irgendwann. Oh ja, jetzt aber nicht mehr. Okay, ich hab insgesamt Strom... Alter, 100... äh, 100 dran. Kannst du auch irgendwie Scheiße von mir kaufen? Wie? Ja... Wegen Abwasser. Wie gerne Leute nicht mehr gar nicht mehr. Alter, warum sollst du Scheiße kaufen? Warum sollst du Scheiße kaufen? Damit sie... ... unter die ganzen Autobahn... ... lass ich genug Geld haben. ... damit's unter den ganzen... ... Autobahn langfließt, oder? Ja, Mann. Ja! Oder im Zug transportiert werden. Was tut der, liegt da mal flitze kacke, ey! Nein. Ohoho, das Quatspiel. Ja, das hatte der... ... ausgelutschter als dein Penis. Krasse Sache. Ich brauch Strom. Kann ich was von dir kaufen? Nein. Meine Polizei fährt grad im Kreis, ... haben wir jetzt in den... ... Verbrecher festnehmen können. Ja! Weil der steht grad im Stau. Lassen Sie die Sonne hinein. Ja klar, ruhig. Entschuldigt ruhig. Jetzt hab ich erstmal wieder Überschuss, danke. Und ich warte jetzt, bis ich ein Polizeirevier bauen kann. Ein Polizeirevier? Ja. Ach, könnte ich eigentlich auch mal bauen. Aber erstmal brauch ich eine zweite... ... äh, eine große Folge, hallo. Das heißt, das wird mal Kredit-Zeim! Jetzt! So, 330.000 sagst du? Ja. Achso, ich kann schon bauen. Nein, ich bin nicht der Polizeifer. Vielleicht gelebigt. Universität in der Region. Universität mit Ingenieurs-Uni in der Region. Wow. Dann wäre Einsatztürm. So. Dann Polizei war das. Neunzig Tausend. Ey. Juni, Juni. Komm hier hin. Ja, ich habe eine Hölle. Statt auf den Kopf. Das ist gut. Ich habe woanders heute drin. Ich habe spät, was ich jetzt wohl. Oh, sieben totes Doppelklänge, alle wie langs. Das ist wirklich nicht weh jetzt. Was ist das? Bockelbier ... ne, Wollabierbierbier! Ja. Ja, pickt euch. Schlecht ausgebildet. Ich hab doch schon eine Hochschule gebaut. Was wollt ihr? Alter, wie es einfach immer ruft. Martin Ziffix, Morten. Dein Ernst? Was? Dein Ernst? Ja. Ja. So, wenn du jetzt noch kranker darfst, dann bin ich dich der schuldige, ja? Oh, das hier. Oh, okay. Ich hab ja noch so viel Probleme gehabt. So, wie die denn noch ruft. Oh, komm schon. Ich will doch nur noch einmal dieses Gebäude blazen. Geh doch. Weg hier. Schlepp. Geh doch. Klipp. Und die Feuerwehr kommt also nicht hinterher, oder was? Ja, ne? Alter, meckert bei dir gerade auch alles rum? Ja, die Klinik nicht. Ja, jetzt bei mir auch nicht mehr, aber... Und schon. Also, das hier soll ich das Loch wieder öffnen. Die das noch 4100... Und die das noch 900... Ja, voll noch gerne. Müsst ihr aber auch mal mehr Einwohner werden hier? Ja, stimmt, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte jetzt... Upgrade. Upgrade. Rathaus, die geht hier jetzt so? Rathaus. Hallo. Ja. Okay, jetzt baue ich eine Bildungsabteilung. Alter. Ja, ja, jetzt würde ich kein Geld mehr haben, ne? Ja. Na komm schon, ich geh vorbeistunden hoch, ne? Ich könnte ein Gymnasium bauen. Ja, ich könnte auch ein Gymnasium bauen. Kannst du Schüler von mir ankaufen? Alter. Das ist illegal, Schüler zu kaufen. Okay. Die Eltern müssen ja eigentlich was bezahlen. Aber trotzdem, ich kann doch einfach keine Schüler kaufen. Warum kannst du keine Schüler kaufen? Stell dir das mal vor, in real life. Ne Schule gibt's in ne anderen Schule. Ey du, ich will nicht kaufen. Dann kommen wir auf unsere Schule. Nein, die Schüler, die obdach... Also die schullos sind. Die obdachlos sind. Ich geh zu, du wolltest obdachlos sagen. Ja. Das geht mein ganzes Geld erstmal für Bildung aus. Okay. Und wie lang geht denn die Folge schon? Keine Ahnung. Wir hören um... ...10 Uhr auf, okay? Wie spät ist es denn? Jetzt ist es... ...die Mund weiß ich. Ach... ...wenn noch weiterspielen. Wie zu? Ja, bin ich. Okay, zwei sollten nicht mal reichen. Als nächstes bräuchte ich also ein Genatel. Oh, mein Wasser ist jetzt eh von dir abhängig. Wasser ist korrekt. Was? Ohne bräuchte ich noch. Ich produziere noch genug Wasser. Und was ist mit Strom? Hab ich auch noch genug. Ich werbe hier noch einen Überschuss an Strom. 138 Megawatt. Oh, ja. Gut. Du 145 insgesamt hast. Dann kaufe ich mal ein bisschen was. Nein, ich habe nicht vom 145 genommen. Doch, stand doch. Hab ich? Ja. Oh, ja. Oh, perfekt. Yay! Video-epische Strom aus Syphic City kommt. So, dann heißt es jetzt Bildung. Bildung. Da war Bildung. Ein Gymnasium. Jetzt weiß ich schon, ob du das gehst. Jetzt hab ich jetzt den Belohns mit 2S. Jetzt hat er 10,000 pro Schul-Bus-Depot. Ich wollte mich verarschen. Da baue ich ja lieber eine Turnhalle. Ich füzi, O Copano. Okay, erstmal Bus-Depot, damit die ganzen Leute abgeholt werden. Ja. 44 Tage, sagst du. Nee, die meckern gar nicht. Touristen am heutigen Tag, 208. Ja. Ja. Perfekt. Aber ich will trotzdem erstmal das Effizio Copano bauen. Das ist einfach so geil. Handschutz in der Stadt. Letzten sie ja einen Tag mehr als 10 Rände. Ja, wow. Eine Turnhalle. Und da. Wow. Jetzt zieh ich erstmal ein bisschen Strom von dir, hast du damit ein Problem? Ja, aber ich hab schon. Ah, ja, das sagst du jetzt. Was ist denn der Scheiß hier? 85.000! Echt? Was denn? Wie kostet das wirklich so viel? Was denn? 85.000! Was denn? Was kostet das so viel? Nein! Schade! Nein! Das lass ich mir jetzt kaufen. Könnte theoretisch gesehen dir auch ein paar Pilzisten geben. Ich hab nämlich hier zu viele. Nee, nee, brauchst du nicht. Hab ich auch. Ich hab nach 35 Polizeiwagen Form 38 verfügbar. Ja. Ja, so viel hab ich nicht, aber bei mir sind alle. Ich schick dir mal... Ach, verfügbar. Nee! Kann ich nix schicken. Ich schick dir 18. 18, hm. Wenn 18... ...Polizei-Autos suchen und dann fünf Straßen fahren, ja? Haha, du hast ja fünf Straßen. Nein, ich hab mehr, aber... ...so gefühlt halt. Dann ist meine Stadt nur noch mit... Ja, okay. Alter! Bei meinem Ortseingang ist übelster Stau, Junge! Die wollen alle von dir zu mir, weißt du? Ist meine Stadt so fame! Blub, blub, blub! Wenn wir in dieser Stadt wirklich schloss sind möchten, sollten wir eine Universität bauen. So, jetzt können jetzt mal ein paar mehr von deinen Viechern, dann holst du mal in mir rein. Ah, die dringen in dich ein. Sehr interessant. Warum ist das Stau? Keine Ahnung, warum ist das Stau? Frag mich nicht, Junge, frag mich nicht. Ach, die wollen alle hier zu meinen EPC fahren. Oh, mein... Mein Industriegebiet upgraded langsam wegen, weil ich jetzt ein paar... ...Schwimmbau. Ja, bei mir auch. Schon lange eigentlich. Ich... Wie viele Einwohner hast denn du? Zorn nach Titan. Cool. Na du? Irgendwann kommst du dich dran. Ja, Hange! Hm? Ach, die Feuerwehr ist schon da. Alter, wie krass das brennt. Sorry. Man geht's kaputt. Nix. Und das denn, Sorry? Es war das kaputt. Hast du... bist du denn dann, Katrin war schwarz gefahren? Jürgen, 80.000! Tausend, ich hab ein paar mal deinen Stream geguckt und fragt mich, warum hat der Junge so viel Ritter lieb? Du weißt, dass wir das hochladen Ja Der Morwen heult, tut mir leid Muss nicht schlimm sein, Jun So, mein Gnasium ist voll ausgebaut Und hier ist er eine Hochschulebahn Boah, meine Stimme hört sich so scheiße an auf YouTube, ne? Echt? Ja Oder vielleicht auch im TS, aber ich hör mich in real life übelst normal an Im Internet Ach ne, in real life hört man sich auch normal an Boah Junge, ey, aber das geht bei mir gar nicht, ne? Ich hab so ne richtige Stimme, als ob ich so ein Komisches Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung So ein Knasti, weißt du? Ah Junge, nicht beleidigen Letzte Saison Vipo-Unterricht, wo siehst du dich in 10 Jahren? Knast Weißt du was Vipo ist? Äh, wissenschaftliche Politik? Wirtschaftspolitik Achja, irgendwas mit Politik Ja wie, Gewerbegebiet kriegt ihr aber nicht mehr, das könnt ihr gleich knicken Das könnt ihr knicken Es gibt tolle Läden zum shoppen Und dieses Gewerde ist so geil, das gibt ne 3000 Einwohner, man Oh So, wofür brauchst du jetzt so nen Flughafen? Damit ich hier Helikopter auf meinem Polizeirevier und Feuer Ja, ich krieg dir's ein Echt? Ja Krasse Sache Ich bin die Landebahn kostet 15 Jahre und dachte Oh Erstmal brauch ich die ja nicht Erstmal zu kennen Ja, das auch So Boah Ich muss noch einen schnelleren Weg zu meinen Attraktivitäts-Dinnens machen Die alle hinwollen, ja? Ja ungefähr Ja Dann kann aber diese Straße hier weg Ist dann auch irgendwie unnötig Ja Brände aus der Kontrolle Ist ihr Haus betroffen? Mehr um 11 Niedrige Aktivität für Touristen, ja Geht mir aber auch leider am Arsch vorbei Weil ich ja auch so lange schon meinen Flughafen hab, ne? Weißt du, nur wegen dir kommen ganz viele ran Daliere hier in meine Stadt, weißt du? Die sooo schöne Ja Meinen mit Fängeln So, wie war das jetzt? War ich Busdepot, wasch? Wasch? Wasch, ich roh hasch Wasch machst du Wasch hast du Wasch hast du Boah, alter Die Industriegebäude sehen aus wie so Luxusvillen Geht ja gar nicht klar Ich denke, dass du mich dran erinnerst Bürgermeister Villa Warum baust du den Scheiß? Weil da Leute einziehen konnten In die Villa, nein Doch! Steht da doch Da steht da doch Das steigert die Aktivität für hohe Wohngebietsleute Also, für die Fame-Leute, weißt du? Sorgen sie dafür, dass ihre Sims lang genug zufrieden sind Dann können sie einziehen Die Sims der ganzen Stadt werden feiern, wenn sie kommen Wenn sie die Stadt gut führen, geben ihnen die Sims sogar Geschenke, mit denen sie Bürgermeister-Villa spielen können Ja, aber die ziehen dich in die Villa ein Steht da doch Nein! Okay, ich versteh's wahrscheinlich Dann ziehen neue Leute in deine Stadt ein, aber nicht in die Villa Es tut mir leid Ja, sollte es auch, genauso wie deine Geburt Gut Ja Sagen sie dafür, dass die Regionen einen Stadt- oder International-Flughafen bekommen Aber ich kann immer noch nicht bauen Dauert paar Minuten Ja, Stadt-Flughafen Ja, Stadt-Flughafen Ein Tourist macht uns aus Abfahrt Ha! Wow, bin ich Fame Einer von 600, oh wie cool Es gibt tolle Läden zum Shoppen, ja, interessiert mich nicht, Kreuz Universität 800, 800 Schreibtische sind da Wow Ähm Ja, Glücksspiel Verdienen wir jetzt hier, es ist bei 29.620 Wow Boah, hier noch eine Spielehalle Universität bauen Leckt Checktische und ein Comedy-Club Alter Geil Boah, wie viel Stau ist hier, Junge Nichts normal Geil Einer Stadt geht es nicht ganz gut Tja Genau, wie die da alle rumstehen Egal Es sind nur ein paar rote Balken Pfff, ich versuch den Verkehr doch schon halbwegs umzuleiten Macht gegen den Park 600 Verlust Ja, wow Der 24.000 Gewinn macht alles Auch das ist bei mir immer noch geredet, wenn ich über 2 rausgesimt hab Jetzt hast du aufgehört Wauw Bist du aufgehört? Ja Also D turkey Und D Naja, ich würd' sagen, gleich irgendwann beenden wir die Aufländer mal. Warte. Ich hab 18 Tote pro Tag. Ich hab eine Stadt, das ist aber auch ziemlich groß. Ich hab eine Kaustadt. Ich hab hundertfünft... äh, ja, hundertfünftausend. Du kannst mir gerne Löschfahrzeuge schicken, wenn du davon auch zu viel hast. Nein, hab ich nicht. Aber davon schick ich dir schon, einen von jeder Art. Also, ich brauch die selber eigentlich. Erstens sind bei mir alle Löschfahrzeuge im Einsatz, und zweitens ist überall Stau, deswegen kommt die Jungs durch und alles brechen gerade ab. Ja, bei mir ist genau das gleiche. Und meine Feuerwehr ist immer verärgert und dann wieder nicht und dann wieder verärgert. Und jetzt ist bei mir gerade alles normal. Ich weiß, dass ich jetzt mal richtig den Stau auflöse. Brennen außer Kontrolle, ist ihr Haus betroffen? Mehr um 11. Ja. Ja, ich weiß, was ich gleich bauen werde. Nein, Max ist Herrenhaus. Das werde ich jetzt bauen. Wie? Was ist das? Das ist der Polizei. Wo krieg ich denn das? Und auch unter Polizei scheiße da. Da hab ich doch nur zwei Polizei. Ja, aber... Hä? Und da... Polizei, da ist denn rechts an dem Maxis Herrenhaus und da nehmen wir noch ein Wohntor. Guck mal, man kann mit denen der Verletzte retten. Polizeiwache und Polizeirevier. Ja. Die hast du nur. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Lux haben. Na egal, auf jeden Fall. Ey, mit dem Maxis Herrenhaus kannst du Verletzte retten. Dennoch Verbrecher irgendwann fangen. Genau. So. Ja, wollen wir die Aufnahme dann jetzt benden? Mach das. Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Ja. Was denn? Ja, okay, dann... Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sims City. Ciao, Leute.